Die US-Notenbank-Fed beginnt zu blinzeln und reagiert damit auf den immensen Stress im Finanzsystem, der vor allem durch steigende Anleiherenditen und den immer weiter steigenden Dollar zustande gekommen ist. Wird das reichen, um den Stress im System wirklich nachhaltig abzubauen? Wahrscheinlich nicht, da werden noch weitere Aktionen der Fed kommen müssen und sie werden kommen. Aber da muss vielleicht der Stress wieder größer werden, damit die Fed dann noch weiter sich defensiver verhält. Diese hawkische Rhetorik einstellt, aber wir haben jetzt das erste Mal gesehen, dass der Notenbank offenkundig bewusst ist, wie groß der Stress im System ist und sie hat versucht, mit einem Ventil so ein bisschen Luft rauszulassen, den Druck ein bisschen abzubauen, sonst wären die Dinge vielleicht sehr schnell eskaliert. Das können sie immer noch. Wir werden abwarten, was passiert. Schauen wir uns mal die Ursache an. Was ist da passiert? Das sogenannte Mouthpiece der Fed. Es handelt sich um den Wall Street Journal Journalisten Nick Timiraus, der so ein bisschen als der Botschafter der Fed an die Märkte gilt. Wenn irgendwie was zu kommunizieren ist, dann steckt man das diesem Nick Timiraus und der schreibt dann einen Artikel im Wall Street Journal. Und alle reagieren drauf. So war es heute. Was hat der gute Nick Timiraus gesagt? Er hat gesagt, okay, also jetzt einen halben Prozentpunkt nur die Zinsen anzuheben auf der November-Sitzung, das wäre ein Fehler. Das würde die Financial Conditions zu sehr lockern wieder. Also wird man jetzt Anfang November, wie von den Märkten ohnehin völlig eingepreist, die Zinsen um 0,75 Prozent anheben. Aber die Märkte waren davon ausgegangen, dass auch im Dezember auf der nächsten Sitzung dann der Fed nochmal um 0,75 Prozent die Zinsen angehoben werden. Heute Nacht lagen noch die Fed Fund Futures Wahrscheinlichkeiten für zwei aufeinanderfolgende 0,75er Schritte bei 77 Prozent. Galt also als sehr wahrscheinlich. Nicht jetzt, aber hat die Fed signalisiert, okay, es werden dann im Dezember nicht 0,75, sondern wahrscheinlich nur 0,5 Prozent sein. Denn das würde ja ausreichend, die Finanzkonditionen seien damit immer noch sehr restriktiv. Und genau das will die Fed ja haben. Was ist dann passiert? Nun, wir hatten vorher zunächst mal wieder ziemlich Panik gesehen. Der Dollar ist stärker geworden, vor allem aber sind die Anleiherenditen gestiegen. Wir haben die 10-jährige Staatsanleihe bei 4,33 Prozent gesehen. Es ist ein massiver, ein extrem schneller Anstieg. Marc-André Fongan schreibt hier, der Dollar geht wie ein Berserker nach oben. Ich hoffe, jedem ist klar, dass diese Stärke des Dollars eine Liquidity-Crisis oder eine Credit-Crisis auslösen kann. Man schaut genau auf den FX-Markt, also auf den Forex-Markt. Und in der Tat, wir haben Dollar-Yen etwa heute über 151 schon gesehen. Das geht wie einst Bitcoin in 2017-Villagra-artig nach oben. Und wie Peter Schiff hier bemerkt, ja, wenn wir jetzt eine Rendite bei der 10-Jährigen von 4,33 Prozent haben, das ist der höchste Stand seit November 2007. Damals aber war die öffentliche Verschuldung, also die Staatsverschuldung der USA bei 9 Billionen Dollar. Heute sind wir mal entspannt über 31 Billionen Dollar. Würde der amerikanische Staat jetzt praktisch seine Schulden refinanzieren müssen zu dem jetzigen Renditesatz von 4,33 Prozent, dann würden das jährliche Ausgaben von 1,35 Billionen bedeuten. Das ist mehr, als man für die gesamte Verteidigung ausgibt. Das ist mehr, als man für das Sozialsystem ausgibt. Das muss man sich mal vorstellen. Nun ist es ja so, dass die Amerikaner ja periodisch immer wieder neue Anleihen auflegen. Und das würde ja dann nur gelten für die neu emittierten Anleihen, dass da die Zinsen eben so hoch sind. Aber es bringt so ein bisschen die Dynamik auf den Punkt. Und vor allem, wenn wir jetzt im nächsten Jahr, was so oder so passieren wird, wohl eine Verschuldung in den USA sehen von 35 Billionen Dollar. Und dann einen Zinssatz von, sagen wir mal, 6 Prozent, wie Peter Schiff hier weiter kombiniert. Dann wäre das mehr als Verteidigung, das gesamte soziale Sicherungssystem, die gesamte Erziehung, also praktisch Schulsystem, Bildungssystem und so weiter und so fort. Man kann das weiter hochrechnen. Aber eins ist auch klar, wir sehen zum Beispiel gerade bei den sogenannten Bank Deparsits, also das, was die Amerikaner auf den Konten liegen haben, einen dramatischen Rückgang, den es in der Form so noch nie gegeben hat. Auch das ein Zeichen von immer weniger Liquidität, die jetzt auch auf Bankkonten. Wir haben ja ein massives Liquiditätsproblem, vor allem am Anleihenmarkt, wo zu wenig Liquidität vorhanden ist, dadurch zu viel Volatilität. Und es gab erste Andeutungen, ja kürzlich hat er das jetzt mehrfach schon gebracht, dass man doch durchaus sich Sorgen macht um das, was da mit den Anleihenmärkten passiert, nach den Ereignissen in Großbritannien, wo ja die Bank of England retten musste. Aber dennoch, wir haben den längsten Einbruch bei US-Staatsanleihen seit dem Jahr 1984. Unten in dieser Grafik von Bloomberg sieht man das, wenn Sie es genau sehen, das ist dieses Rote, was da nach oben schießt, rechts in der Grafik unten. Das gab es eben zuletzt unter Paul Volker und das ist ja schon eine busy Zeit her. Paul Volker hat ja damals auch die Zinsen so massiv angehoben. Und eins ist auch klar, die Notenbanken inklusive der FED, die haben ja jahrelang QI betrieben, also Anleihen gekauft. Und jetzt ist es so, dass sie eben massive Verluste jetzt produzieren, weil sie mehr Zinsen etwa den Banken zahlen müssen, als sie an Zinsen sich selbst auszahlen, durch die Anleihen, die man im Portfolio hat. Und dementsprechend entstehen Verluste. Ich hatte das mehrfach schon jetzt auch thematisiert, die die öffentliche Hand tragen muss. Das käme dann noch oben drauf, jenseits der immensen Zinsbelastung, die ja ohnehin schon der Fall ist. Und insgesamt, auch das ist ein extrem wichtiger Punkt, haben wir es hier mit einer Dollar-Shortage zu tun. Es ist also in anderen Finanzsystemen, bei denjenigen, die verschuldet sind in Dollar, diejenigen, die Dollars brauchen als Währungsreserven, sind zu wenige Dollars vorhanden. Das erzeugte diesen Stress im System. Wir sehen hier, dass die Real Yields eben steigen, weil letztendlich die Inflationserwartungen ja permanent fallen und dennoch die Zinsen weiter steigen und die Renditen weiter steigen. Und das passt nicht zusammen. So oder so, diese Aktion kam, charttechnisch wie Sven Henrik hier zeigt, an einem ziemlich entscheidenden Punkt. Da drohte ein weiterer Durchbruch, etwa hier beim S&P 500. Und wenn wir uns hier mal diesen extremen Anstieg, etwa der Renditen anschauen, diese Veröffentlichung von Nick Tivit aus dem Wall Street Journal, die kam ja vor Markteröffnung. Da wollte man offenkundig ein Signal senden. Man fürchtete einen sehr schwarzen Freitag, der da entstehen könnte, wenn die Dinge hier weiter aus dem Ruder laufen. Wenn also die Renditen vor allem und der Dollar weiter steigen. Denn eins ist klar, wir haben den schnellsten Zinsanhebungszyklus in der Geschichte. Und das erzeugte Stress. Wir sind ein hoch verschuldetes System. Und jetzt steigen praktisch die Zinsen wie eine Rakete nach oben. Das kann nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und ich frage mich, wie die FED sich das Ganze vorstellt. Denn wir haben es hier mit dem Biggest Interest Rate Shock in Modern History zu tun. Wie Andreas Stenolasen richtigerweise sagt. Das ist also der größte Zinsschock in der Geschichte der Finanzmärkte. Was bedeutet das für Aktien? So seine Eingangsfrage. Die Bewegungen in der 10-jährigen Anleiherendite sind die krassesten seit Jahrzehnten. Das würde bedeuten, so sagt er, dass die Preis-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, bei 11 liegen müsste. Und 11 Kurs-Gewinn-Verhältnis würde bedeuten, dass der S&P 500 auf 2700 Punkte fallen würde. Das wären nochmal weitere 30% nach unten. Vielleicht kommt das noch. Wir werden es sehen. Aber gehen wir jetzt mal in die Wirtschaft oder folgen wir Andreas Stenolasen mit den Geschichten, die er hier aufzeigt. Wenn wir nämlich hier so dastehen, wie wir jetzt dastehen, dann, nämlich mit diesen Renditeanstiegen, dann dürften wir bei den Einkaufsmanager-Indizes bald Werte in den 30ern haben. Und alles unter 50 ist Kontraktion. Wir würden also eine massive Rezession erleben. Und jetzt gab es gestern eine Umfrage unter amerikanische CEOs. Und da erwarten 91% dieser CEOs in den nächsten 12 Monaten eine Rezession. Also die Firmenlenker, die ja wirklich wissen müssen, was passiert, die sagen, das kommt. Und wenn wir uns jetzt mal den US-Hausmarkt anschauen, der ja so wichtig ist, da sehen wir diese massive Bewegung eben auch bei den 30-jährigen Mortgage-Rates, also den Hypotheken-Zinsen. Das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich in den nächsten 9 bis 12 Monaten einen Preisverfall am Immobilienmarkt sehen von 20%. Und das wird viele Amerikaner aus der Kurve hauen, das wird Firmen aus der Kurve hauen, das wird Baufirmen aus der Kurve hauen. Das ist gar keine Frage. Wir sehen ja schon die Stimmung etwa beim Hausmarktindex NAHB, die ja geradezu implodiert. Und all das, vor allem wenn der Hausmarkt absäuft, hat auch dann auf die Arbeitslosigkeit eine starke Auswirkung, sodass wir dann in 9 Monaten bei einer Arbeitslosigkeit von über 7% sein dürften, so Andreas Stenolasen. Auch das sehr, sehr wahrscheinlich, auch wenn jetzt der Arbeitsmarkt noch stark erscheint. Das sind ja, der Arbeitsmarkt ist ja ein nachlaufender Indikator und wenn die Dinge sich so beschleunigen, wie sie sich derzeit beschleunigen, dann würden die Firmen sehr, sehr schnell Menschen entlassen. All das jetzt durch eine Politik der Fed, die lange gepennt hat. Jetzt kommt schon der nächste Skandal auf. Jim Ballard oder James Ballard, der Chef der St. Louis Fed, hat jetzt kürzlich eine Privatrede gehalten bei der Citigroup. Das heißt, völlig hinter verschlossenen Türen nicht transparent. Ja, was sagt er denn da? Kriegen die Leute der Citigroup da besondere Informationen, die sie am Markt ausnutzen können? Weiß man nicht. Wenn es nicht so ist, okay. Aber es ist dennoch natürlich sehr, sehr fragwürdig, wenn da jemand hinter verschlossenen Türen irgendwie relevante Aussagen tätigt, die eigentlich an die Öffentlichkeit an alle gerichtet sein müssen, weil es ja alle wirklich auch betrifft. Und ehemalige Fed-Mitglieder haben sich jetzt geäußert und gesagt, der muss sofort zurücktreten. Das geht gar nicht. Sven Henrik kommentiert hier zu Recht, die Fed ist inkompetent, nicht vertrauenswürdig, ist in jeder Hinsicht unethisch. Wir haben ja kürzlich jetzt den Skandal um Bostik gehabt, der sich an viele Regularien des Tradens, des Handelns nicht gehalten hat. Das dann reumütig zugestanden hat. Wir hatten letztes Jahr Rosengrain und Fischer von der Fed, die dann zurücktreten mussten, weil sie schön getradet haben, während sie selber mit ihrer Geldpolitik maßgeblich ja die Märkte mitsteuern. Da kann ich dann auch ein Top-Trader sein, wenn ich weiß, was ich morgen entscheide und welche Botschaft ich an die Märkte sende. Dann positioniere ich mich im Vorfeld und alles ist schick. Also das zeigt, wie stark die Legitimität der Fed wirklich jetzt schon abgebaut hat. Man hat mit dem Kauf von Mortgage-Back-Securities diese Hausmarktblase, die jetzt zu platzen droht, maßgeblich mit aufgeblasen. Man hat Liquidität ins System geschüttet, als die Inflation so stark gestiegen war, hat gesagt, ja, aber diese Inflation, das ist doch kein Problem. Dann haben sie das in einer Missinformationskampagne, in einer Fehlinformationskampagne im Grunde die Leute getäuscht. Wahrscheinlich, weil sie es selber nicht wussten, haben dann teilweise auch gerne getradet, wie gesagt. Und nicht zuletzt hat Paul ja gesagt, als er den ersten 0,75er Zinsschritt gemacht hat. Also das ist die absolute Ausnahme. Jetzt werden wir wahrscheinlich mindestens drei Schritte hintereinander 0,75 bekommen. Also auch das zeigt nicht gerade besondere Kompetenz. Schauen wir uns mal hier den Dollarindex an. Und das ist jetzt das Entscheidende, was ich versuche immer zu thematisieren. Die Aktienmärkte können nur steigen, wenn der Dollar fallen würde. Ist das jetzt eine Top-Formation hier beim Dollarindex im Chart von Capital.com, muss man abwarten. Aber die Renditen müssen runter, der Dollar muss runter. Oder sonst no chance auf eine Rallye. Und insgesamt eben jetzt in diesem verschlechternden, sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld sehen wir etwa eine Adidas, die jetzt innerhalb von drei Monaten zwei Gewinnwarnungen mal herausgegeben hat. Heute schwer unter Druck, die Aktie von Adidas. Aber es zeigt, was los ist. Man ist, oder Adidas ist ja auch ziemlich stark in China engagiert. Und man bekommt jetzt praktisch Gegenwind von allen Seiten. Und in dieser Situation, in dieser konjunkturellen Situation, dieser Abschwungssituation, sind die Notenbanken, ist vor allem wie fett, im Vollbremsmodus. Dies kann nicht funktionieren, wird nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt hier nach Deutschland kommen, mit Adidas haben wir angefangen. Jetzt gehen wir zu Borgas, einem Traditionsauto-Zulieferer. Gegründet 1866, ist pleite, insolvent, viele tausend Arbeitsplätze jetzt gefährdet. Auch das wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Das ist jetzt wie so eine Bugwelle. Das ist wie bei einem Tsunami. Da wunderst du dich, ja, keine Pleiten, keine Insolvenzen. Wie bei einem Tsunami, da geht das Wasser zurück vom Strand. Und plötzlich kommt eben die gigantische Welle. Und so wird es mit den Insolvenzen auch sein. Zumal die Energiepreise ja so stark gestiegen waren. Aber jetzt kommen sie zurück. Der Gaspreis fällt kräftig. Wir haben ein klarer Signal an den Markt gesendet. Nämlich die EU, die Verantwortlichen der EU. Immerhin, das haben sie geschafft. Wir sehen hier, der Gaspreis auf 111 Euro gefallen. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Artikelempfehlung, die ich Ihnen mit auf den Weg geben will. Credit Suisse hat nur noch wenige Tage, um ihr Multimilliardenproblem zu lösen. Woher soll das Geld kommen? Hochspannend. Zweiter Artikel, den ich empfehle. Und natürlich die Empfehlung ab 19 Uhr, meine Damen und Herren. Boom und basta mit der Marke Friedrich. Das wird kontrovers. Das wird auf jeden Fall für Sie interessant sein. Denn wir werden viele Fragestellungen behandeln. Unter anderem, was jetzt tun mit seinem Geld? Wie investieren? Wie ist diese Lage einzuschätzen? Energiekrise, Krieg, Vollbremsung der Notenbacken. Alles auf einmal. Das ist ja eigentlich eine gigantische Krise. Darüber werden wir mit dem Markt Friedrich sprechen. Ich packe den Link unter das Video. Seien Sie dabei. Und ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Aber ich bestehe darauf, dass Sie da dabei sind. Sonst bin ich richtig sauer. Das kann ich versprechen. Also, Servus, ciao, schönes Wochenende.